Habt ihr Wattenschaum gemacht oder was? Ja. Schnell, Alter. Und sein Scheiß kommt Overhead. Neues. Schneller, 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 schneller. Ticken. Du musst hoch springen. Nur anticken. Ja, das macht schon wieder voll gesprungen. Wie die Projektivität ist gut. Hallo, kein... Ohhhh. Ah, das passt durch Schrauben. Der macht's so. Ich höre mal, da kommt er einfach. Ja. Da kriegst du durch Schraub, man. Er versteht das nicht. Der Schraub und kippt ihn. Tja. Boom, der Sweep und Settler. Für den 360. Dann kannst du alles gar nicht mehr. Dann kannst du den 360 reinhauen, nachdem er den tut. Kannst du nicht. Das ist schwer. Na, sobald ich jemanden ist. Ach so. Echt? Das ist ein bisschen. Der so wie immer... Der hat dann 2.17 und hat er nicht mehr range. Nicht mal Geek range? Ja, diese... Der ist schon nach dem Land. Der ist schon mal weg. Ja. Der ist schon mal weg. Ja, der ist schon mal weg. Das kommt seit dem Flüssen. Ja. Ja, gut. Nein, gut. Das hat ihn ge 큰 sein Nothing. Das ist ja auch nicht mehr. H Wannaasten! Warn mal zurück. Auch mal zurück. Ja, was? Presses wurde. Also, diese war nicht richtig besser. Nein, hatte ich dafür keinen Sinn. Das war jeden Finan. Da ist es echt besser. Vorne, A und T. Die Blockleistung, oder was? Nee, die Blockleistung. Nee, die Blockleistung. Oh, was denn Blockstier? Machen wir einen Free 60. Die Birola. Die Birola. Jetzt aber eigentlich nicht. Nein, ich habe jetzt gekauft. Das war der Ostgegengasse. Aber wenn du so weiterspielst, dann hast du noch einen Ostgegengasse. Weil mir kann ich nichts anderes aus diesem Scheiß liegen. Ja, und T. Wieder hoch. Und gut. Und wie kann er abkicken? F**k! Der Rout ist recht. Ja. Man spielt beide auch nicht anders. Abkick. Nicht, nicht Fußgänger. Das wird nicht. Einmal mit der Abkick. Pressure. Die ganze Zeit. Genau, so. Das sah gut aus. Ja, ja. Noch mal. Jetzt kommt wieder... Und auch mein Free 60, wenn er wohl landet. Das weißt du, der ist eh schon gleich nicht einfach aus dein Spruch. Stell ihn jetzt an. Das wäre absurd eigentlich, das so anzunehmen. Das weiß ich gar nicht. Bei dir sind Fußfelder. Hast du dir? Ja. Der ist zu langsam. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Nach dem Knockdown macht das immer dich. Na, schieb! Oh, ey. Er macht immer Auf-Wake-up-In-The-Vertranke-Wecher, aber... Der hat immer auf-Wake-up-In-The-Vertranke-Aus. Das war bei Quarter 7 da vorne und wir würden die Pasta werden, dann war's. Klingt krass. Na ja, er macht ja keinen Special. Er kriegt nur in der Giebade, dass er gegen einen Nock war. Wirklich? Ja! Ja, oder? Und jetzt mal ein Special, komm. Zeig mal bei Pasta. Ach, ist das! Das ist ein Blau, Pasta. Oh! 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 Weg mit Sparen! Oh! Verkackst, Alter! Roman holt die Knau. Näää. Roman hat seine ganze Zeit zu wirken. Ja. 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 Und der kommt der Ball. Gib das mal, mit dem Hopp. Nicht langer oben drücken, sondern nur zuранke. Ja. 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 Ich glaube, das ist ein Sprung. Oh mein Gott, das war wirklich alles gut. Bravo, supergute Sochi Dao.